Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in dieser Folge. Ihr habt mich gefragt, was ich als Gynäkologe von Vaginalduschen halte. Nicht viel. Und warum? Erkläre ich in diesem Video. Wer nicht weiß, was eine Vaginaldusche ist und was sie macht, wir googeln es einfach mal. Also, eine Vaginaldusche. Wenn man das Ganze einmal durch die Suchmaschine seines Vertrauens jagt, ist anscheinend so ein kleines Fläschchen, wo obendrauf ein Stöpsel ist mit einer Verlängerung. Diese Verlängerung soll man sich anscheinend vaginal einführen als Frau. Und in das Fläschchen kommt eine Lösung. Das ist in dem Fall eine Lösung mit Brausetabletten. Und die Brausetabletten enthalten teilweise irgendwelche Wirkstoffe, Säuren, Milchsäure und Aloe Vera. Und damit, mit diesem gefüllten Beutelchen, mit dem Stöpken obendrauf, soll man jetzt unter die Dusche gehen, sich das Ganze einführen und seine Vagina ausspülen. Ja, das ist das Prinzip Vaginaldusche. Warum das Ganze nicht nur kompletter Blödsinn ist, sondern mitunter gesundheitsgefährdend, ohne dass es auf so einer Packung draufsteht, erkläre ich gleich. Den Blödsinn, den können wir eigentlich direkt mal klären. Und ich schlaue dich am besten auf, damit du selber merkst, dass das kompletter Blödsinn ist, sich die Vagina auszuduschen. Denn in so einer Vagina sind physiologischerweise, also naturgewollt, über 500 Bakterienarten. Die gehören dahin. Die haben eine Aufgabe. Über 1000 Arten von Viren. Auch die haben eine Aufgabe. Und bei Frauen, die ein hormonelles Geschehen haben, also Frauen vor den Wechseljahren und nach der Pubertät, haben wir sogar Pilzarten physiologischerweise in der Vagina. Vor allen Dingen Candida albicans. Und diese Gesamtheit an diesen Mikroorganismen nennt man auch Mikrobiota oder Mikrobiom oder auch das Vaginom. Und dabei handelt es sich um ein eigenes Stoffwechselorgan. Wir alle kennen das vom Darm. Der Darm enthält viel mehr Bakterien als menschliche Zellen. Und wir wissen auch, wenn wir mal Antibiotikum nehmen oder mal eine Durchfallerkrankung haben, was das Ganze mit unserer Darmgesundheit macht, die geht nämlich ganz schön den Bach runter. Wenn die Bakterien also fehlen. Und jetzt kommen Menschen auf die Idee, ein Produkt zu entwickeln und auch zu verkaufen und sich ins Lager zu stellen, die genau diese physiologische Standortflora wegspült. Und jetzt kommt noch ein anderer Punkt. Von diesen vielen 500 Bakterienarten kennen ja die meisten die Milchsäurebakterien. Haben alle Frauen auch schon mal gehört? Die machen Milchsäure. Tolle Sache. Aber woraus machen sie denn eigentlich Milchsäure? Aus abgeschilferten Zellen des vaginalen Epithels. Also abgeschilferte Zellen der Vaginalwand. Wenn man die jetzt wegspült, samt Bakterien wegspült, haben diese verbliebenen Bakterien überhaupt kein Futter mehr. Sie können also auch keine Milchsäure mehr produzieren. Die ganze Mikrobiota der Vagina kippt um. Wie ein See, der umkippt, dem man die ganzen Würmer und Insekten und Frösche und Fische wegnimmt. Und dann gibt es Vaginalinfekte. Ja, und jetzt kommen wir zu der Gesundheitsgefährdung von solchen bescheuerten Produkten. Denn sie sind wissenschaftlich erwiesen. Es gibt zig Studien gesundheitsgefährdend. Es gibt Hinweise darauf, dass sie sogar, wenn sie in der Schwangerschaft angewandt werden, zu Frühgeburten führen können oder vorzeitige Venentätigkeiten oder vorzeitigen Blasensprungen eben aufgrund des Risikos, einen vaginalen Infekt jetzt zu bekommen. Und das Perfideste an der ganzen Situation finde ich, dass es nirgendwo auf dieser Packung draufsteht. Überall muss heute irgendwas draufstehen. Auf dem Becher Kaffee steht, Achtung, der Kaffee könnte heiß sein. Du könntest dich verbrühen. Auf einer Packung Cornflakes steht, könnten Spuren von Erdnüsse enthalten. Also überall sichern sich die Leute ab, weil es potenziell da doch schaden könnte. Aber bei sowas, wo man ein eigenes Stoffwechselorgan in vaginale Gesundheit gefährdet, mit weitreichenden Konsequenzen, nicht nur für sich selbst, wenn man einen vaginalen Infekt hat, sondern eben auch für Sexualpartner oder Sexualpartnerinnen. Und jetzt nochmal zum Mitschreiben. Ich habe es schon 4000 Mal erklärt auf diesen Videos. Die Vagina ist ein selbstreinigendes Organ. Total praktisch. Ihr müsst damit nichts machen. Keine Steamings, keine Vaginalduschen, keine Vaginalbrushes. Ihr müsst damit einfach nichts machen. Ihr müsst sie nicht säubern. Die Vagina ist das Innere von euch. Ihr müsst da nicht irgendwie rein und diese Vagina ausschuppern. Ihr steckt euch ja auch nicht jeden Tag irgendwas in den Darm und spült den einmal aus oder geht da mit einer Bürste rein. Alles, was außen ist, die Vulva, kann man waschen, sollte man auch waschen. Gerade interlabial, also zwischen den Vulvalippen, kann sich ja Smegma bilden. Aber in der Vagina wird einfach nichts gemacht. Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen deutlich geworden. Schickt mir doch bitte mal gerne bei Instagram oder hier bei YouTube auch gerne in die Kommentare eure Wünsche, welches Produkt, welches, was auch immer Gadget ich einmal unter die Lupe nehmen soll. Ob das Ganze wirklich sinnvoll ist oder völliger Nonsens, wie in diesem Fall. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Schmeißt die Vaginaldusche in den Müll und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.